Hä, was ist das denn? Elite-Bandit, so sieht Bandit... Der Bandit hat einen Bart? Das habe ich mir auch gedacht, wo ich es vorher gerade gesehen habe. Hä, was? Ich dachte eher an Schwarzbart bloß, ohne Helm. Schwarzbart-Elite-Paket dachte ich jetzt erst. Aha. Tja, hast du plötzlich lange nicht mehr ohne den Helm gegeben. Eigentlich noch nie. Jetzt gibt es ein Elite-Paket von Bandit und das sieht aus wie Schwarzbart ohne Helm und ohne Sonnenbrille. Eigenartig, aber mal wieder Yacht, mal wieder. Und damit, hallo da seid's und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Oh nein, geht schon einer. Der Bandit als Elite-Typ gesehen ist gegangen. Ich muss noch einen. Oh, vier beim Schlauch. Boah, das gibt ein paar Kopfschüsse. Auf dem Schild. Auf dem Flur? Da steht ein Schild auf dem Flur. Ja, ja. Ich guck mal ganz oben. Was? Was? Wo? Wie? Hä? Also oben sind sie nicht. Ich guck Casino. Casino. Ups, ich bin eins runtergepft. Ups, noch eins. Küche. Küche oder noch? Da. Na, drei Rekruten. Interessant. Da sind wieder ganz komische Rausrenner. Vorsicht, vorausrenner. Baa, 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 baa. Nein. Bösser Typ. Vier Rekruten. Und der König. Dann mit seinem stationären Geschütz. Aber die vier Rekruten stehen noch zusammen. Hä, wo spawne ich denn? Kackscheiß. Ach, meine Kamera. Es gibt einen Kopfschuss. Achtung. Doch, komm mal hier. Nein. Vorsicht, die rennen schon fast raus. IQ zuckelt herum. Ja, ja. Ich guck mal. Wir sind eigentlich eine Etage zu hoch, aber hey, lieber von oben nach unten kämpfen als andersrum. Jetzt wollte ich gerade auf EMP-Mann schießen. Ja, ich auch. Könnte ich mitbekommen, dass der schon so vorangegangen ist. Hinten im Gang ist ein böser Typ gewesen. So, hab meinen Kopfschuss schon, wenn ich den überhaupt machen muss heute. Auf der Treppe ist einer. Okay. Mach ihn blind. 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 Auf der Treppe? Ach, oben. Okay, okay. Ja, oben. Da nah. Wolltet schon unten gucken. Da noch nach. EMP-Mann ist hinten gestorben. Da ist noch jemand im Gang. Vorsicht. Habt ihr die Kamera drin schon? Ja. Gut. Ich guck mal vor und guck weiter Richtung Gang. C4 fliegt. Achtung. Treppe unten. Unten Treppe. C4 hochgeflogen. Hä? Hier nicht runter gehen. Wird auch nicht runter gehen, aber ich hab's aufgemacht. Dafür gibt's Punkte. Hier von einem Gelände aus jemand am Gamping. Lade neues Magazin. Ja, aber Ping ist noch ein Typ. Wenn er nicht schon tot ist. Noch ein Gegner übrig. Der Chunker wartet unten auf uns. Ich fahr mit der Drohne gleich mal vor. Ach nee, man ist ja gestorben. Hä? Ich komm grad überhaupt nicht klar mit den Tasten. Ich guck bei der A-Bombe mal im Nebenraum vor euch. Hinten am Geschütz ist bei IQ hinten in dem kleinen Raum. Da steht er auch. Nein. Hat gar keinen Schaden bekommen. Der hat nie auf den Hand geschossen? Na gut, er hat nichts mehr gesehen. Naja, er hat's versucht, glaube ich. Weil der schreibt grad Hitbox-Shit. Oh, Kartenraumkonsum, der ist schwierig. Auch noch Bombe. Also Entschärfer wieder. Gut, neben den Türraum entschärfen, ja? Äh, den... Ja. Den Entschärfer entschärfen. Stimmt. Ne? Was? Wir hatten hier eine Lesion genommen. Ich glaub, es suckt. Aber dann müssen die auch aufwerfen. Und schießen. Hm, ja, hm. Boah, er zählt sogar GSG noch nicht. Boah, Ubi-Soft. Neben meiner versteckten Wand bitte links und rechts aufmachen nach Möglichkeit, wenn ich weg bin. Und ich hab bloß noch eine Kontakte. Ja. Oh, ich geh mal weg. Hast du eine andere Frisur mit? Krapfschrauben. Drone läuft. Krieger ausverriert. Sie sehen, die Explosionsradius kommt. Drone läuft. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verdeidigt. Es bleiben 10 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Zum Angriff bereit. Nur noch 5 Sekunden. Habt ihr noch Wände? Oh, zu viel fliegt. Ich würde es hier... Hier wäre eine gut am Gamping. Dann könnte ich da noch... Ne, ist schon zu spät. Das macht der ja auch zu, dann kann ich ja hier aus anbringen. Was? Das stimmt, die Mira-Fenster konnte man ja bloß auf der Innenseite anbringen von den blöden Bestärkungen, oder? Ich glaube, da war was. Das ist doch der Schwachsinn, aber egal. Das ist gut. Okay. Gefällt mir gar nichts, die einfach von hinten antanzen könnten. Ein LMG ist, das ist aber nicht das LMG von Fuse. Von Capital vielleicht. Oh, das ist ja auch noch ein Fenster. Nichts Schlimmes. Nein! Achso, das Mira-Fenster, okay. Da wurde jemand beschossen. Da gab es... ...en Schuss neben... ...den Gegner. Und damit ging das Fenster auf. Wie der rumschreit. Ach, hier wäre mir das Fenster auch nicht verkehrt. Naja. Irgendwann haben sie aufgemacht, ne Tür. Ne, oder? Hm. Ist auch noch zu. Schlittträger, oder? Hört sich zumindest an, ja. Ah, ein Fenster ist offen. Ja, gelber Ping. Fenster offen. Splitz. Kredit. Schade. Das hier... Das bist du, Kopfschau. Okay. Hängt zwischen der Tür und dem Fenster. Blitzbandit. Hast du das aufgemacht, okay? Oh, das war knapp. Und wenn du so rumhampest, kann ich dich nicht treffen. Hört sich auch. Kopfschuss. Hier hat der Ludwig UBG bei dir auch so ein rotes Dreieck? Ja. Wahrscheinlich hat er einen Teamkollegen umgebracht. Er hat jetzt bestimmt hier diese... Der hat es schon rückwärts geholfen. Ja, ja. Das hat er rückwärts gekriegt. Mhm. Anders läuft er heute. Der bekommt jetzt für jeden, egal in welcher Runde er anschießt, Schaden ab. Du musst Schaden. Ja. Der bekommt Schaden. Der, der angeschossen hat oder angeschossen wird? Der, der angeschossen hat. Und wenn der angeschossene sagt, hier, das ist seine Absicht aus, kann er das mit dem Tastendruck bestätigen. Dann kriegt der, der den Schaden zugefügt hat, diesen ganzen Schaden zurück, den er macht. Dann kriegt er eure Drohne verwenden, um eine Bombe auch zugefügt. Kriegt der andere den Schaden? Also, ist denn der Gutkunft? Nee. Das kann man aber ziemlich gut missbrauchen, wenn man zum Beispiel dann... Wenn man dann automatisch zum Beispiel in... Wenn der mit dem roten Dreieck Kärchenmann ist... Ja, Mozzi. Ganz unten. Okay, Mozzi. Wenn der Kärchenmann ist, der das rote Dreieck hat, und dann wirft er seinen Mist und der andere will dem einfach ärgern und rennt da in seinen auch rein. Kamerafrau haben sie auch. Ganz unten, ganz unten. Aha. Fünf Sekunden bis zum Einsatz. Oder wenn man dann in den Fuse, der so ein rotes Dreieck hat, in die Fuse-Ladung rennt. Ach, mal gucken, wie ob ich es noch das gemacht hat. Äh, wo sind die jetzt eigentlich? Ganz unten. Ganz unten. Man darf nicht so viel rumquatschen. Naja, ich hab schon 10.000 Mal erzählt. Wo sind die jetzt eigentlich? Ich geh mal auf die andere Seite. Von dir. Nein, scheiße. Das Läsion, ne? Ja. Mozzi ist vor mir. Und Kult. Gelbe Ping. Herzschlagmann vor mir. Die sind ja alle vor mir. Also Mozzi war da auch noch gerade aus, Seraphina. Ja, ja, ich wusste noch. Ah, der ist tot. Mozzi ist tot. 2-2. Komm, Lebenspunkte. Ganz unten. Na, ist ja blöd. Hier neben mir ist jemand. Unten oder was? Ja. Ah, Bandit. Bandit volles Leben. Hat meine Waffe gesehen. Hier gar nicht raus. Der raschelt links neben dir. C4, jetzt überlebst du nicht. Mozzi hast du überlebt, das C4. Stark. Aber wie lange hat er gebraucht hat, um... ...auf seine Hauptwaffe wieder zu wechseln? Er hat geschossen, währenddessen er gedrückt hat. Okay. Immer noch Matchball. Küche. Äh, Küche. Hm. Gut. Gut. Die wollen ja eh wieder nicht in meine Matten latschen. Du bist ja für die Matten-Suche. Oh. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Dann brauch ich sie auch nicht suchen, wenn ich... ...die eh legen könnte. Stacheldraht. Stacheldraht. Wer sagt das denn? So, hier bitte alles aufmachen. Tsch, tsch, tsch. Ich rufe meinen Begleiter. Ich mach hier erst mal zu. Ich mach die Lücke mal zu. Hier zu der Bombe, Gerberping. Ja. Aber es ist nicht mittig. Also doch mittig. Alles nicht gut. Das wird fünf Papier weniger. Lade neues Magazin. Fünf Sekunden. Das Radio ist in der Küche noch an. Ich spiele mein Zooker. Die treffen die Kamera nicht. Achso, die haben auf das Holz unten geschossen. Mh, können sie auch... Ist die Kamera auf jeden Fall kaputt? Ja, aber auch vorne sind sie. Also auf beiden Seiten. Zeigt sich aber keine Sau. Das Radio ist immer noch an. Gewesen. Was? Na toll. Jetzt machen die ja noch ein 2-2 daraus. Au. Da stehst jemand durch den Rauch. Ich brauche doch zu lange dafür. Was habt ihr denn da unten gemacht? Du doch genauso. Ja, ich bin ein Grafschrauber. Ich muss... Ja, klar. Ich muss hier durch. Entschuldigung. Wo sind das dumme Ding? Da hinten. Das schaffe ich eh nicht. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Ich kann mich einfach so... Ich bin einfach so an der Montagne vorbeigerannt. Ich habe zwei Schildträger vor meiner Nase gehabt. Ei, ei, ei. Oh, na. Cockpits. Okay. Okay. Okay, wir haben schon mal Kontaktgranaten. Serafina, wenn du die Türen oben beim Cockpit mit Minen zulegst, dann kann ich weiter im Raum die Illusion-Minen legen. Jupp, alles klar. Jupp, alles klar. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Neben meiner verstärkten Band kann wieder aufgemacht werden. Ja, dann geht er mal weg. Ja, dann geht er mal weg. Oh, die andere... Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Verteidigung entsprechend planen. Inthalt gelegt. Sicherheitsabstand halten. Nur noch zehn Sekunden. Noch fünf Sekunden. Zugangssperre gelegt. Nicht in der Nähe. Alles in der Tag! ...vom Gegner entdeckt. Alle Außenkameras schon kaputt. Komm schon, Minen, komm schon. Achso, ich habe ja die Luke zugemacht. Lade neues Magazin. Jetzt fehlt mir mein Mira-Fenster. Das nächste Mal nehme ich es auch noch mit. Auf jeden Fall wieder steht, Rieger. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Nein, da war noch Strom. Och, was ist das denn? Och, das ist doch verarscht, Ubisoft. Das kann ich ja wegen des Stroms nicht zumachen. Okay, die machen wieder Holz auf. Am Rauch. Rauch ist Rauch. Am gelben Ping ist Rauch. Schildträger ist da im Rauch. Moment, Hawkeye. Ich probiere es mal. Geht auch weg. Blitz ist da auch noch. Vorsicht. Oh, Kopfschuss. Ach, schiss. Ja, das war echt aber nicht schlimm. Ich kann den Schärfen an der Tür. Zwar nicht so wie du, aber immerhin. Alle Gegner tot. Boah, ich hab... Du hast mich getroffen. Ja, weil... Ich stand direkt gegenüber dir. Ich hab dann noch... Weil der kam reingestürmt. Der blitzt. Da hab ich schnell nochmal geschossen. Das war ein Schuss, Kopfschuss. Aus der Hüfte. Ich hab dann aus Versehen wieder eine Granate geworfen. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ach so? Das hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, deswegen ging Montagne down. Und dann hab ich ihn erschossen. Also wenn die Gegner da oben mit Rauch ankommen, dann schnell hin und bestenfalls auch Däufer rein. Dann geht das schon. Manchmal, manchmal geht's auch schief. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.